Wusstest du, dass Ebola schon 1976 das erste Mal ausbrach? Obwohl die Krankheit schon bekannt war, haben weder Gesundheitsbehörden noch internationale Pharmaindustrie nach einem Medikament oder nach einem Impfstoff gegen das Virus gesucht. Ich selbst bin vom Thema Ebola infiziert und möchte dich anstecken. Teile diesen Beitrag, veröffentliche deinen eigenen Ebola-Faktor und unterstütze mit mir zusammen Gemeinsam für Afrika im Kampf gegen Ebola.